So, hier haben wir das kleine Galgo-Gemüse. Es ist ganz süß. Zucker, süß. Richtige Galgo-Babys. Also, da sind auf jeden Fall Mama und Papa Galgo. Ja, ja, genau, ne? Sag mal, wo sind denn deine anderen Geschwister? Da kommen sie, juhu! Da ist ein kleines. Was bist du denn? Ja, hallo. Was bist du denn? Bist du ein kleines Mädchen? Du bist ein kleines Mädchen. Du bist ganz süß. Und was bist du? Ein kleiner Junge. Das ist ein kleiner Junge. Und du, was bist du? Bestimmt auch ein Junge, ne? Du bist ja ein bisschen groß. Ja, du bist auch ein Junge. Genau. Und du bist auch ein Junge. Ja, du bist ja auch total niedlich. Und du bist das Mädchen. Ja, hallo. Die sind ja so süß. Hallo, Mäusekinder. Ja, und da kommt noch der letzte kleine Täubel. Ne, einer fehlt noch. Und der andere. Ja, hallo. Du bist auch ein Mädchen, ne? Du bist auch ein Mädchen. Genau. Und da kommt das letzte Mäuschen. Was bist du? Du bist auch ein Mädchen. Hallo. Also jetzt sind alle hier. Wunderschöne, kleine Galgo-Babys. Herz aller Liebst. Keine Berührungsängste. Wir können leider nicht momentan reingehen, weil sonst können wir keine Videos machen, weil dann fressen die unser Handy. Aber sie sind so süß. Ja, besonders du, ne? Und du. Ja. Guck uns so viel. Ja, hallo. Ja, hallo, Schatz. Ja, hallo, mein Kleiner. Hallo. Ihr seid ja süß.